Zehn Regeln für Kontaktlinsenträger Das ist Lennart. Lennart braucht eine Brille, wie fast zwei Drittel aller Menschen in Deutschland. In letzter Zeit denkt er aber auch über Kontaktlinsen nach. Die sind praktisch beim Sport, beschlagen nicht und stören ihn nicht, wenn er Leonie küsst. Stimmt Lennart. Und mit unseren zehn einfachen Regeln wird Lennart ganz schnell ein zufriedener, glücklicher Kontaktlinsenträger. Regel 1. Zuerst zum Optiker. Bevor Lennart zum ersten Mal Kontaktlinsen trägt, muss er zum Optiker gehen. Der ermittelt die richtigen Werte und empfiehlt eine passende Kontaktlinsenart. Außerdem übt er mit Lennart das Auf- und Absetzen der Linse und zeigt ihm, wie man sie reinigt. Regel 2. Tragezeiten einhalten. Lennart muss unbedingt die Tragezeiten einhalten, die für die Linse empfohlen sind. Sonst riskiert er gereizte rote Augen. Das bedeutet für Lennart, wenn er schon weiß, dass die Nacht lang wird, fängt er einfach später mit dem Linsentragen an und frühstückt mit Brille. Regel 3. Gründlich reinigen und desinfizieren. Alle Kontaktlinsen, mit Ausnahme von Tageslinsen, müssen jeden Abend gründlich gereinigt und desinfiziert werden. Dazu nutzt Lennart immer frisches Pflegemittel und wechselt den Behälter jeden Monat aus. Und wenn er bei Leonie übernachtet, packt er jetzt auch einen Behälter und ein Mini-Pflegemittel ein. Regel 4. Kontaktlinsen vor der Desinfektion mit All-in-One-Lösung abreiben. Lennart nutzt zur Reinigung und Desinfektion seiner Linsen eine All-in-One-Lösung. Bevor er die Linsen in die Lösung gibt, muss er sie in der Handfläche sternförmig abreiben, um grobe Verschmutzungen zu lösen. Regel 5. Häufig die Hände waschen. Lennart ist zwar Grafiker, wäscht sich aber neuerdings die Hände so häufig wie ein Oberarzt, denn aufsetzen und abnehmen darf man Kontaktlinsen nur mit gründlich sauberen Händen. Regel 6. Allergiker reinigen ihre Linsen mit einem Peroxid-System. Wer allergisch auf Konservierungsstoffe reagiert, sollte zur Reinigung seiner Kontaktlinsen ein Peroxid-System nutzen, das frei von Konservierungsstoffen ist. Wenn die Augen wirklich empfindlich reagieren, kann man die Kontaktlinsen nach der Desinfektion zusätzlich noch einmal mit einer Kochsalzlösung ohne Konservierungsstoffe abspülen. Regel 7. Leitungs- und Chlorwasser unbedingt meiden. Beim Schwimmen trägt Lennart jetzt immer Tageslinsen, die er danach einfach entsorgt. Das Wasser im Schwimmbad enthält nämlich, wie auch normales Leitungswasser, Chlor, Keime und Kalk. Die setzen sich im Material der Kontaktlinse fest und können die Augen wirklich böse schädigen. Regel 8. Regelmäßig die Augen checken lassen. Seinen Kontaktlinsenspezialisten besucht Lennart regelmäßig einmal im Jahr, um seine Sehstärke und den Sitz der Linsen überprüfen zu lassen. Mit zunehmendem Alter ändern sich nämlich Sehstärke und Zusammensetzung des Tränenfilms. Möglich, dass Lennart später einmal eine andere Kontaktlinsenart benötigt. Regel 9. Unangenehmes Gefühl. Linsen sofort rausnehmen. Neulich juckte und kratzte Lennarts Auge, schließlich wurde es sogar ganz rot. Bei einer solchen Abwehrreaktion muss die Linse sofort raus aus dem Auge. Wenn die Ursache nicht zu finden ist, muss man zum Kontaktlinsenspezialisten gehen. Bei Lennart hatte sich eine Wimper unter die Linse gesetzt. Gut, dass er nicht den Helden gespielt, sondern die Linse gleich abgenommen hat. Regel Nummer 10. Nie ohne Brille aus dem Haus. Egal wohin er geht, Lennart hat immer seine Brille dabei. Falls die Linsen zu sehr austrocknen und sich unangenehm anfühlen, hat er dann immer noch den vollen Durchblick und den Augen tut die Pause gut. Ich glaube, dass er nicht den Augen tut war, dass er nicht zufrieden ist, dass er nicht zufrieden ist, dass er nicht zufrieden ist. Ich glaube, dass er nicht zufrieden ist. Vielen Dank.